Ja, hallo. Es steht unter keinem guten Stern. Jetzt war auch noch ein Absturz. Was soll man machen? Aber wir gehen munter weiter. Ich würde jetzt den Weg zur Station noch gehen. Und das hier an die Folge quasi als Part D wieder dran klatschen. Aber dann für die Polizeistation selber würde ich eine neue Folge starten. Weil das wird, glaube ich, eine etwas längere Aktion. Wo lernt er gefunden? Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Vielen Dank. Oh, jetzt ist es... Mann! Das Problem ist, ich will, dass das Spiel mir Spaß macht. Aber im Moment nervt es einfach nur. Da kommt so viel zusammen. Ich mag das Spiel ja. Ich habe da echt gute Erinnerungen dran. Aber es sind halt immer wieder so Sachen drin, wo es halt echt keinen Spaß macht. So, dann bin ich jetzt hier bei der Polizeistation. So, dann habt ihr jetzt hier nochmal einen 5-Minuten-Minipart gehabt. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.